Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Wir haben uns jetzt endlich aus der Finanzkrise rausgeholt und sind dabei, unseren neuen Markt zu öffnen, um den alten schließen zu können und hier unten langsam neue Ordnung reinzubringen, hier alles anzupassen, so wie es soll. Wir sind mittlerweile schon bei erstaunlichen Plus 73. Ich würde sagen, wir lassen die Zeit weiterspulen. Ich bin echt erstaunt, dass wir es so gut wieder hinbekommen haben, aber wir haben halt auch dementsprechend Sachen abreißen müssen, die aktuell zu viel waren. Einer hat sich entschieden da zu bleiben. Cool. Willkommen in unserem Dorf der Götter, was bis jetzt eigentlich nur Geld gekostet hat. Ich weiß gar nicht, wie viel Wolle haben wir. Also wir haben auf jeden Fall ziemlich viel Kleidung auf Lager. Oh, wir können die alle befördern zu Leibeigenen. Äh, geht's jetzt aus, wenn ich alle befördere? Ja, und dann tun wir uns die alle befördern. Alter, wir haben so viel zu befördern. Das wird so lange dauern, aber... Lange lebe die Beute, ähm, der König. Äh, eure Armee wird immer stärker. Wir werden euch nun an einigen Anspruchs von Missionen anbieten. Wir haben keine Armee. Welche Armee? Welche Armee ist denn stärker geworden? Von was labert ihr? Wo sehe ich eigentlich, wie viel bürgerlich ich aktuell... Ah, 13 bürgerliche. Ich brauche für die erste Reihe 20. Dann kriege ich hier eine Kirche. Uh, keine Dorfkirche, ich meine eine Kirche. Eine Jagdhütte, ein Holz in der Berg, kriegt dekorativ. Eine Waffenschmiede. Oh, das bringt bestimmt Kohle. Herrenhaus Steinset schaltet Vogtbüro frei. Okay, Handelsbonus, Taverne, Tavernenwand, Tavernensteinset. Hm? Da brauche ich 10 Mönche für und 100 Punkte. Dann kriege ich eine Mönchstatue. What? Das ist ja voll überstrieben. Ich würde gerne herausfinden, wie weit man dieses Spiel ausreizen kann in dem Fall. Also, wir scheinen hier echt gut Plus zu machen mittlerweile. Brot haben wir genug auf Lager. Wir haben auch wieder genug an Bären auf Lager. Bieten wir hier echt auch? Wir bieten hier Kleidung an und die wollen sie jetzt auch. Oh. Steigt unser Gewinn da durch? Weil hier voll viel Kleidung wohl verkauft wird dafür. Voll viel Kohle. Aber ich glaube halt, dass das hier oben schlauer ist, weil das näher am Dorf selber ist. Hätte er natürlich auch hier rüberziehen können. Das wäre der perfekte Platz für ein Dorf gewesen. Aber wie viel? Brot für 400? Alter Verwalter! Was? Ach, guck mal. Ich sehe da schon jemanden wieder kommen. Juden Tag, mein Herr. Was wollt ihr denn? 30 Bären, die hätten wir auf Lager. Für was? Ach, wir kriegen wieder 200 Gold. Ach, lecker Schmecker. Yum, 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 yum. Ich wäre für die Klosternebe. Ich würde eher das für das Volk haben. Und ich würde sagen, wir geben direkt ab. Kriegen dafür unsere Kohle. Die ist noch nicht da. Ich finde mein Geld. Oder kommt das jetzt so nach der Zeit reingeflossen? Ich weiß es nicht. Also, wir können wieder 10 neue, ähm, 10 neue Leute befördern. Eine, da fehlt jetzt ein Platz für ein Haus. Das kann doch nicht sein. Alter, ihr habt hier voll viel Platz zum Bauen. Nutzt das! Ich könnte natürlich hier anfangen auch zu sagen. Ich tue es hier rum anfangen, ein bisschen auszugeben. Ich sage, sie können hier sich auch hinsiedeln. Also, es ist eine hohe Attraktivität. Wenn ich hier zum Beispiel Häuser ansitze, die hoch attraktiv. Hier weniger. Hier sind sie auch hoch attraktiv. Hier in der Mitte wäre natürlich wieder sehr hoch. Ach, ich habe ja meinen Leuten gesagt, sie sollen da abbauen, ne? So, ich tue es mal hier. Denen schnell sagen wir, dass hier eh, hier ist eh alles weg eigentlich. Und wir reduzieren wieder auf das, was sein muss. Einfach um den, über den, um den Überblick zu behalten. Weil sonst kriege ich irgendwann die Kirre, wo ich genau was zum Abbauen nicht bestellt habe. Weil hier ist ja gar nichts mehr zum Abbauen. Doch, hier sind noch ein paar Bäumchen. Die können die dann dementsprechend mal wegholzen. Aber der Rest ist ja eigentlich schon weg, ne? Wenn man sich das so direkt anschaut. Ist alles weg. Alles ist dahin. Ach, hier sind noch einige Sachen. Wir geben das auch noch zum Abfotzen hinzu. Jetzt haben wir alles, was aktuell nicht gebraucht wird, weg. Denn wir haben halt hier voll viel. Und wir sagen, sie sollen abbauen. Und ich glaube, das ist für die KI auch nicht so gut, wenn die immer hört, jo, baut mal hier ab, baut mal hier ab, baut mal hier ab. Apropos, habe ich dem da unten, ey, jemals einen Mitarbeiter gegeben? Ja, habe ich. Emma. Emma ist unsere Fischerin. Ey, Leute, ihr habt voll viel Platz zum Bauen. Baut einfach. Da, Hütten werden doch gebaut. Ich könnte aktuell hier für den vollen Holzfäller gebrauchen. Aber ich glaube, ich habe so viel Holz mittlerweile auf Lager. Hups. Aber wir können hier nochmal einstellen. Hier nochmal einstellen. Das ist unser Holzlager sozusagen aktuell. Und ich stelle mal hier, würde ich schnell nochmal einen Holzfäller einstellen. Holzfällerlager. Dass das hier draußen schnell platziert wird. Es soll dann in das Dorf reingehen und hier Fällen anfangen. Einfach, um unser Dorf endlich mal freizuschalten. Von dem, was ist. Weil cool wäre, wenn wir hier später oben den Wald machen können. Schön weit weg, dann haben wir hier schön viel freie Flächen. Wie kann das denn sein? Ist es voll viel markiert für Bauerlaubnis? Oh, unser Markt wird fertig. Der Marktplatz nimmt Form an. Es fehlt nur noch 10 Stoff. Aber davon haben wir sicher was auf Lage, denke ich mal. Yo, da bringt schon jemand 5 noch. Wir arbeiten. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich... Ah, ich darf noch nicht zuweisen. Okay, schade. Dann warten. Geben wir dem eine hohe Priorität mal. Das wäre vielleicht gar nicht doof gewesen die ganze Zeit. Wann haben wir einen Milchbauernhof? Uff, was? Ich hätte hier dann hier so eine schöne Wiese. Da könnten wir den super hinstellen. Oder wir stellen den nachher hinten. Der kommt mal hier hin. Und dann kommt der Käse hier an die Ecke. Jetzt können wir uns jetzt alles ein bisschen zentralisieren anfangen, hier drum zu machen. Weil das war halt wirklich der Start. Da hatten wir wenig Platz. Aber es schaut geiler aus, finde ich. Wenn du so am Hügel das Dorf stehen hast. In den Hügeln drin. Und in den tieferen Bereichen sind die Arbeitsplätze. Finde ich, das hat schon was. Ein Wohnhaus wird ausgebaut. Oh! Au, ho, ho! Das schaut ja schick aus, du! Das schaut im Moment aber was. Bauen die Sichtkarten nochmal aus? Yo! Kann es sein, dass ich nicht mal genug Arbeit da habe? Für die Baustellen. Du bist arbeitslos. Ja, schau mal. Du wirst gleich Baumeister. Was ist denn mit dir? Female, Hashtag 240. Du bist auch Baumeister. Unser Dorf braucht immer Leute, die tatenkräftig... Uh! Das schaut auch schick aus. Also ich glaube, wir kriegen jetzt richtig coole Gebäude. Ich glaube, da kommt jetzt ein bisschen richtig geiles Zeug daher. Ich glaube, wir können jetzt die Cent erwarten. Du Arbeitslose. Dass wir hier richtig tolle Sachen erhalten. Also das... Ich wusste gar nicht, dass wir... Haben wir noch was Neues? Bäckerei? Forsthaus? Mich bau, Kieserei? Nee. Ich würde jetzt auf den ersten Blick nichts sehen. Hölzerner Bergfried. Holzbrücke. Dorfkirche. Markt. Straßenschilder haben wir halt. Ein Pflanzenbogen. STRG und Hölzerner Bergfried. Eine Schaf... Meine Dorfleute erhalten hier eine Schafstatue hin. Im Namen des dicken Schafes wird hier eine Dorfstatue jetzt erstellt. Muss die erst erbaut werden? Was? Alter, kostet die viel Stein? Oha! Oha! Uftzka! Habe ich eigentlich mal... Nee, der tut ordentlich produziert mich schant. Ich kann es denn schon wieder in Höherhäuser... Oh! Ist es wegen den Gebäuden, die ich gekauft habe? Fisch, Bären, Brot, Kleidung. Der Dorfplatz wird abgerissen. Löschen! Jetzt müssten doch die Dorfbewohner von da unten... Ich hätte erst gerne noch ein paar Leib eigentlich... Äh, erhoben, ja. Nur... Oh, guck mal. Jetzt hat er das erkannt. Und jetzt müssten die nach da oben gehen. Sich auffüllen. Ein Wohnhaus. Der Käse wurde fertig geübt. Uhuhu. Kühlerei, Eisenmine, was? Böterich! Was geht denn jetzt ab? Ich hätte gern zwei Käse. Dann hätte ich hier gerne... Kuh züchten. Kuh züchten, Kuh züchten, Kuh züchten. Und zu wenig Mitarbeiter. Das sind Kühen! Oh mein Gott, wir haben Kühe! Wir haben Mumus! Äh, wir haben Kühe! Wie geil ist das denn? Wir haben richtige Kühe. Jungs, gebt euch das! Sie machen Mu! Wie cool ist das denn? Ja, ich mach grad ein paar Propos. Wir haben Milch ab sofort! Und unser neuer Dorfplatz ist schon voll in Verwendung. Die laufen sogar hier am Rand entlang. What? Also ich find's ja geil, aber... Warum so? Ein Wohnhaus wurde ausgebaut. Ein Wohnhaus wird ausgebohrt. Wir kriegen jetzt halt die richtig geilen Klötze hier hin, ne? Hat sich einen entschlossen, sich ihrem Dorf anzuschließen? Oh, ist das geil! Aber, was können wir jetzt? Yo! Wir haben 47... Ne, 31 Einfluss. Und Punkt haben wir so für heute. Wird die Taverne freischalten. Ein Handelsbonus. Ja, wir können eh alles freischalten. Hoch! Ah, ein Gesandter bittet um Audienz. Was wollt ihr denn? Wir haben kein Boot aktuell auf Lager. Deswegen muss ich sagen, tschüss! Taverne ist jetzt verfügbar. Ein Bötterich stellt Fass aus Brettern Eisen her. Ein Schmied... Werkzeuge aus Kohle... Oh. Ah, dann müssen wir die Werkzeuge nicht mehr kaufen. Eisenschmiedler stellt Eisen aus Kohle und Eisenerz her. Eine Eisenmine und eine Kühlerei. Ach du Scheiße, wir brauchen so viel mehr Bewohner. Wir brauchen so fucking mehr Bewohner. Aber unser Dorf sollte auch langsam hoffentlich ein bisschen vom... Oh, unsere Dorfstatue ist noch nicht... Immer noch nicht fertig. Ah, da werden jetzt noch ein paar Steine... Alter, wir brauchen so viele Steine. Eine neue Militärmission ist verfügbar. Nur Arbeitslose. Jetzt haben wir noch den Oliver. Der produziert hoffentlich brav, oder? Yo. Ich tue vielleicht noch mal eine Kuh dazu. Vielleicht noch eine. Vielleicht noch zwei. Ich will, dass das beliebt ausschaut. Ich verstehe nicht, warum du mehr Bauern für einen Stall nehmen kannst. Absolut mir ein Rätsel. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr alles unbedingt einen Daumen nach oben da... Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Alles, wir sehen uns in der nächsten Mal. Bis dann. Alles, alles verändert.